Hier ist deine Geschichte, dein Leben, der Moment, der alles veränderte, der Unfall. Erinnere dich, du wolltest es nicht, warst nicht darauf vorbereitet, aber es kam. Es überrannte dich wie ein Zug, durchbrach dich, alle Barrieren mitten ins Herz. Und du wirst es niemals vergessen. Erinnere dich, der Raum, die Gegenstände, die Farbe an den Wänden, der Geruch, der Geschmack in deinem Mund, unverkennbar, unvergesslich. Du musstest erwachsen werden an diesem Tag, wolltest es nicht, aber warst gezwungen. Zu früh. Du versuchst es aufzuhalten, aber es gibt kein Zurück. Erinnere dich. Der Tag. Die Nacht. Die Temperatur. Die Luft. Was war's? Wie sah die Welt aus? Was hast du gesehen? Was hast du gespürt? Du wolltest etwas sagen. Konntest nicht, durftest nicht. Du wolltest eingreifen. Aber deine Hände waren gebunden. Du siehst es. Den Unfall. Die Menschen in dem Raum. Und dann ein Gesicht. Das Gesicht, von dem du dir wünschst, jetzt hier zu sein. Dich zu halten. Das Gesicht, das du immer bei dir trägst. In deiner Erinnerung. In deinem Herzen. Es war dort. Es wird immer mit dir sein. Komm zurück. Bitte. Komm zurück zu mir. Sehe es. Die Augenfarbe. Das Lächeln. Die Haut. Der Mund. Und höre die Worte. Die Worte, auf die du so sehr gewartet hast. Und flüster. In deinem Ohr. Danke. Danke, dass du immer bei mir warst. Lass es niemals gehen, das Gesicht. Denn du bist jetzt auf dich allein gestellt. Es ist dein Leben. Wiedererlebt. Im Internet. Bis zum nächsten Mal. osh Vielen Dank.